wir müssen ja jetzt minus 31 bettler belegt der wohnraum 20 prozent das ist doch eigentlich ist das doch hat fehlt den denn hier wir haben die kirche stadtbürgermeister wert um machen acht prozent so auch schon wieder da kommt man kann der doch da vater mal hin ich hoffe dass sein geld liegt damit war ein bisschen handelsrote unterbrochen herr der see bitte was herr der see herr der see herr der see warum wurde die unterbrochen warum die aber warum was ist mit dem los herr herr Ach, der bringt bestimmt Honig da hoch, ne? Und dadurch, dass keiner da ist, okay. Dann macht das Sinn, ne? Wenn da keiner da ist. Boah, danke schön. 470.000, das ist doch schön. Das ist doch da, freuen wir uns doch drüber. Ein Hulk haben wir, das heißt, wir könnten auch tauschen gleich. Das heißt, er könnte mal eben hier hinfahren. So, dann müssen wir hier die Betriebe so langsam wieder... Haben wir noch Getreide? Ja, komm hier. Müssen wir so langsam die Betriebe hier. 80.000. 59.000. Warum hauen die denn ab? Rezision. Ich weiß nicht, warum die abhauen. Ich kann es euch nicht sagen. Kommt, gehen wir auf 7%. Irgendwas fehlt hier. Belegter Wohnraum 19%. So, die raus und dann packen wir den. Bauen wir aus. So. So. Da ein paar Patrosen drauf, ne? So. Dann laden wir voll. Interessant. 64 Kanonen. Hm. So. Dann werfen wir die Matrosen hier raus. So. Jetzt haben wir hier 400 Matrosen, ne? Das ist ja nicht weiter schlimm. Tunal Lübeck. Dann gehst du da neue Matrosen holen. Mimi ist auch wieder da, ne? Mimi ist auch wieder da. Das ist sehr schön. Delipp. Delipp. Reparatur. Mimi. Hafenschutz hat drei Schiffe. Drei Kocken. So. Das ist sehr schön. Was sagt Norman? Norman hat ein Schiff. The Saint ist auch wieder da. Der braucht neue Matrosen. So. Dann gucken wir mal, was der will. 56 Käse. Die kriegen wir noch gekauft, oder? 163.000, ja, hier, bitteschön. Habe ich zumindest Ruhe. Ähm, wir können verkaufen. Wir können verkaufen. Honig kann man verkaufen. Das kann man verkaufen. Stock, Fisch. Kleidung. Siehste. Siehste. Ich habe Wein, habe ich nicht, ne? Wein ist halt voll. Voll. Was sagen die hier unten? Voll. 8% Stagnation geht hoch. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können hier jetzt noch... Hanf haben wir nicht, ne? Oder? Vielzucht Hanf. Wolle könnten wir noch anbauen. So. Bauen wir drei Wollbetriebe. Dann brauchen die... Ein Wehrturm brauchen die nicht, ne? Die Mauer ist noch nicht fertig. Das ist uninteressant. Euch entstehen Lagerkosten. Das heißt, wir können aber auch hier mal ein paar Lagerhäuser noch hinbauen, ne? 64 Kanonen. Das wird gleich, das wird eine ganz ekelhafte Geschichte, glaube ich. Glaube ich. Holz. Nehmen wir an. Mimi. Fahr mal nochmal mit Holz holen. Ach. Mimi ist fertig. So. Oh. Ist aber nicht schlimm. Und schüss. Wir müssen gucken, dass wir den wegkriegen. Der muss weg. Definitiv. Sussained. Sussained. Das da rein. Wolle können wir auch noch ein bisschen mitnehmen. Da kommen die Käse nehmen wir auch noch mit. Runter da. Aufgaben. Unterstützung. Nestwert gesucht. Bis zum 3.8. Haben die jetzt mittlerweile einen Aufschwung? Ja. Haben die. Die Betriebe laufen. 100. 100. Es gibt viel zu viel Holz in der Stadt. Oh ja. Es gibt Schlimmeres. So. Dann fährst du nach. Goetheburg. Holst du da das Holz. Genau. Bringst du das noch runter. Ja. Vieles ist ja nicht mehr. Weil die brauchen 300. Wohlstand in Malmö erhöhen. Anerkennung der Hansestadt. Produktion knapper Waren. Interessiert mich im Moment alles nicht. Im Moment gar nicht. Im Moment will ich gucken, dass ich den Nestwert aufhören. aufgebaut kriege. Und dann gucken wir, dass wir den Eierkopf da rauskriegen. Und dann könnten wir eigentlich. Wir haben noch die zwei anderen Kocken da. Damit können wir noch. Albatross Jakob. Rein da. So. Ehefahrt nach Stockholm. Holz holen. Das ist. Erzählt. Dass das Aussagen erhöhener Produktion von Kleidung. Nein. Nein. Die nehmen wir mit. Was sagt das Salz? Oh. Nix gut. Nix gut. Das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Der muss weg. Der muss weg. Der stört. Der stört ungemein. Okay. Es fehlt am Baumaterial. Hanfhof. Das ist Holz, ne? Es fehlt das Holz. Aber ist nicht schlimm. Es gibt sie. Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin doch schon auf dem Weg. Guck mal, da kommt er schon. Weg. Ich hab's befürchtet. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Hilfe ist unterwegs. Ja, komm, nehmen wir an. Nehmen wir an. Ohne Kapelle kann man nicht leben. So, du da runter. Du lädt's hier nochmal bei. Auch nochmal da runter. Also mit dem Holz müssen wir hier einigermaßen gerät kriegen, ne? Der muss weg. Drei Schiffe, 99%. Das ist halt, ne? Ärgerlich. So, dann brauchst du Matrose. Jede Menge. Jede Menge wurde stärker. So, du bist fertig. Dann gehen wir jetzt mal hier. Lass mal ein Schiff, ein Freund. Lass das Schiff in Ruhe. Ich reiße die Nüsse raus. Der legt immer drauf an, ne? Ich habe auch die Dumme befürchtet. Und ich habe gleich keine Schiffe mehr. Ich habe auch die Dumme befürchtet. Ist doch nicht. Ich habe mehr Männer gehabt. Denn er ist doch nicht wahr. Ist doch echt nicht wahr. 54, zwei Schiffe. Ja, jetzt bist du fertig. Jetzt hole ich mir die anderen beiden und dann kannst du mich beharrern. Alter, Alter. Der ist doch nicht wahr. Alter, Alter. Alter. Da ist doch nicht wahr. nee, 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 nee braucht man neue Schiffe, ne? ah, guck mal, kaufen wir uns ein Holg kaufen wir uns ein Holg so so Matrosen drauf nee, nee, nee 205, sechs wir müssten hier sowieso mal Getreide anbauen, ne? verkaufen wir das hier bauen wir noch ein paar Getreidefelder an so, müsst ihr reichen, ne? was haben wir dann? oh ja, jede Menge jede Menge so, 280 ich glaube nicht, dass sie reichen Pech, hab ich Pech auf der Tasche? nö Bier bräuchten die auch, ne? und Getreide und Getreide Pech auch so, Saint was sagt der Pirat da drauf? Kampferfahrung Werner Benecke wunderbar raus mit dir einmal abschlachten, bitte einmal abschlachten Michels wurde stärker jetzt bist du fertig so Faxendicke hier Auftrag abgeschlossen dritter Achter ich bin gespannt Arbeiter fehl da ist voll oh, die kommen die kommen die kommen die kommen was das heißt wenn ich da ganz schnell Getreide drauf lade Pech drauf lade und die dann da hin bringe müsste doch funktionieren, oder? raus alle raus alle raus raus, 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 raus so, dankeschön 75, 75 Aufschwung Bettler in der Stadt tägliche Zunahme 0 das ist doch dritter Achter müsste jetzt eigentlich müsste das doch hier wenn er jetzt noch sagt, ne? Auftrag fehlgeschlagen da fresse ich ein Besen Auftrag ab, ja siehste wunderbar haben wir es doch geschafft haben wir es doch geschafft sehr schön gut Gute ab ab